Die Bundesrepublik Deutschland besteht aus 16 teilsouveränen Ländern, die auch Bundesländer genannt werden. Thema dieses Films ist das Land Baden-Württemberg. Baden-Württemberg liegt im Südwesten Deutschlands. Es grenzt im Nordwesten an Rheinland-Pfalz, im Norden an Hessen und im Nordwesten an Bayern. Im Westen ist die Landesgrenze Baden-Württembergs gleichzeitig die deutsche Staatsgrenze zu Frankreich, im Süden zur Schweiz. Über den Bodensee ist das Land außerdem mit Österreich verbunden. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Inhalte ... Die Inhalte ... Die Inhalte ... Die Inhalte ... Untertitelung des ZDF, 2020